ja und die eigentlich bildung hier die nehmt und folgt die verkehrs abteilung an elke hausen weitergehen hast das jetzt auch du bist der elke hausen ist das komplette also hast du die brauchst du ja gar nicht die versorgt uns ab nein die verkehrsabteilung nehmen weil ich die trat gebaut habe ich habe die schon außer aber dann tut man jemand kurz darauf kannst du mit kläranlage baut der einfach mal drauf kläranlage abwürste ja könnte ich wenn ich das geld habe ja gut dann brauche ich brauche dürfen ja nicht das gleiche bauen bei diesen abteilungen gut dann müssen wir uns da ein bisschen mehr absprechen was brauchst du als nächstes weiß ich nicht erst ab 19.000 einfach mal die um die bildungsabteilung und was das müssen wir danach absprechen dass wir nicht das gleiche bauen ok ja klar es gibt mehr autos auf der straße als leute also ich will jetzt eigentlich mit lehranlage baut ich habe auch nur 48.000 so also du hast ja schon ein tornado ne die fabriken fallen an sich zu vergrößern die gehen jetzt auf stufe 3 schon habe ich auch schon eine die ist im bau die geht auf stufe 3 ja bei mir gehen alle auf stufe 3 im moment es liegt wahrscheinlich daran dass deine arbeiter ja zu mir pendeln die gehen jetzt wirklich auf stufe 3 und dann habe ich wahrscheinlich wieder keine arbeiter aber ich habe auch 21.000 ich mache jetzt minus weil ganz viele leute ja mache ich habe ich gerade auch ich mache weniger weil ganz viele sich umsiedeln ja die steuern sind bei mir auf 10 prozent habe ich auch ich dachte wir gerne auf 9 und stand die hochstellen meine schade hier hinten fehlt ein paar ich habe polizeiproblem ich nicht ich habe ich euch als rei aber man ich wollte kläranlage bauen ja das solltest du aber ich kann ihn nicht bauen weil ich jetzt größer obwohl ich habe 70.000 ich baue jetzt erstmal eine kläranlage ja dann hast du ja so ein grundding ich muss überlegen warte ich musste mal woanders in bonn weil das endrohr reiß ich nicht ab naja würde ich erstmal nicht machen kann ich nachher zu noch mal ich mach mal verschmutzungskarte ich muss noch wasser ich kann auch schon diese pumpen ich wollte jetzt erstmal hier oben die kläranlage wir haben nur noch 3000 einwohner aber wir machen wieder plus das ist schön ich habe 22.000 einwohner und die wollen ein schiff haben das haus hier ja weil ich ein schiff habe ach so ich könnte wie teuer ist das denn ich habe ein abwasser ach so weil das endrohr ich kann das ja mal zu machen ich mache die entrohr immer zu ich hatte gerade eben noch ein polizeiproblem ja okay ich habe zwei stadtgebiete da oben müsste auch noch was in der verbräuchte aber mehr geld wir müssen die ihre dichte erhöhen wenn die das machen habe ich irgendwann gar keine leute mehr will die ganzen fabriken das jetzt machen ach das sind acht die das gefängnis ist schon voll was machen die denn dann musst du da eine etage drauf bauen ja ich frage mich warum ich so viele verbrecher habe aha ich muss da glaube ich die straßen abbreiten damit die sich ja mittlere dichte mittlere dichte also die verbrüht ist jetzt irgendwann mal fertig wie lange braucht aber das problem ist dies ja nicht hier technik stufe ist bei mir ganz niedrig bei der das herrn ist aber normal aber die sind ja umweltverschmutzen deswegen ja wir brauchen da ist das hochschule in der nähe dann ist das oder gymnasium jetzt habe ich auch ein abwasserproblem nein nicht dort wo ich mache das später aber die verbräte ist riesig und ich habe wahrscheinlich zu wenig arbeiter gleich ich tue jetzt war dass ich für wie teuer ist denn so ein boot 1 30.000 du hast schon ein ja 1 habe ich schon dann würde ich das bauen dann hätte ich auch nicht so viele verkehrsprobleme genau weil die an auch übers boot mit ihr pendeln ich will nichts mit dr w machen nein danke dr wu stork dich ich muss hier oben unbedingt noch eine feuerwehr ich mache das zuerst eine feuerwehr weil sonst habe ich hier oben ein problem wir müssen einziehen hier in die wohnung ja geht doch nein ach so ich habe doch kein verlassenen gebäude gut also die fabrik ist einfach nur riesig die kriegen keine mitarbeiter meine straßen sind überfüllt totaler stau obwohl die auf den großen straßen fahren auf der autobahn staut es sich das hat er das habe ich immer morgens wenn die zur arbeit er ich habe weil die dann ja alle von dir kommen ich habe jetzt ab wo ich habe so einen stau einfach nur das ist einfach aber ich finde es doof dass die feuerwehr da nicht einfach durchfährt dafür die müssen einfach so über den bürgersteig fahren dieses große fabrik ist immer noch scheiß auf leben einfach alle umfahren hauptsache das haus wird gelöscht also diese große fabrik ist immer noch böse auf mich weil es keine arbeiter gab jetzt gibt es welche ich bau doch jetzt ein hohes haus wenn du mir ein 30.000 gibt es ich habe keine 31.000 wenn ich das jetzt baue was krieg ich dann gar nichts einfach gar nichts hey das sind skater ja ich habe ein skaterpark gebaut und jetzt tillmann wehner ich hatte mal ein obdachlosenproblem du auch nein habe ich nicht was ich geil finde du musst mal ich weiß nicht wo der ist der fußballplatz da gehen so viele lörer da rein ja hier der äh wo ist der eigentlich der fußballplatz voll die ballfeld fastballplatz öffentliche wo ist denn der fußballplatz wenn du den findest sag ich mir aber schalte ok der ist unter haaks sport da ist bei mir keiner obwohl der und dann ganz das zweite von rechts ach doch ja fußballplatz 10.000 und dann gibt es noch einen baseballplatz kostet auch hauptsache das ganze ist ja der asphaltpark da will doch jedes kind spielen sich dann schön auf die fresse legen ja ist echt so ne und die vermehrt vergrößert sich jetzt ich brauche immer noch ein 30.000 warte ich verstehe ich habe ja nicht immer noch arbeiter bis jetzt fürchte ich hier ja die suchen bei mir arbeiter in den fabrik bei mir auch ja weil sich die eine fabrik ist so fett geworden ich kann dir jetzt dein ich kann dir jetzt ein bootteil bauen ich muss mehr straßenupgrades machen wo baue ich das denn hin soll ich das hier machen ja hier nee oder soll ich das lieber obwohl hier wäre das so ein bisschen mehr angebunden vielleicht mache ich das hier hin hier unten in die ecke dann könnte ich die hauptstraße hier hinziehen ja das mache ich so jetzt sollten die sich aber alle erhöhen können jetzt haben die alle eine schön hohe dichte ah das kann man verbinden sehr gut auch hier das war sie der ziemlich doof aus mit dem auch wieder also mein Prozent teils stellt neue Leute eigentlich auch 25.000 Leute in den wasserpark ziehen die sich nicht mehr irgendwie Badesachen oder so an Stromverordnung die laufen einfach angezogen durchs Wasser wir haben ja genug Geld dafür sich neue Klamotten zu kaufen weil die immer alle kaputt gehen die ziehen jetzt ausweist deswegen zu viele Opfer also wenn ich weiß ja nicht wo die wohnen ne aber wenn er so Opfer durch die Leben laufen auch wenn sie damit was anderes meinen ist mir das egal ähm ist deine Polizei aufrüsten nein ich meine Opfer also Obdachlose nein die mein Krankenhaus ich habe keine Obdachlose oder ich dachte ich hoffe warte Arbeitslos ich habe nur Arbeitslose 600 aufsache die beschweren sich dass sie keine Arbeiter finden aber ich habe 582 Arbeitslose weißt du ja sieht man denn die Arbeitslosen ja du gehst auf da oben die Menschen sind und dann auf Details ja und da steht dann äh Arbeiter Arbeitslose ganz rechts 500 ich habe da so viele Arbeitslose und die beschweren sich dass die keine Arbeiter finden ich habe 100 Leute die mich besucht haben äh jetzt mein Hafen ist jetzt da die fahren da jetzt alle rein gleich ich habe null Arbeitssuche äh null ob arbeitslose so aber auch null Pendler von außerhalb obwohl da doch total viele Leute von dir ja verstehe ich auch nicht ganz äh mein Boot Teil wird gar nicht benutzt aus unterm Grund ich weiß nicht warum das Teil nicht verwendet wird ich muss mal kurz vor den Müllabfuhr oh ich muss die Müllabfuhr aufrüsten ich habe auch noch keine Verbrennungsanlage brauche ich auch noch ja ich habe jetzt 30.000 dann kann ich jetzt auch eine bauen dann kann ich dir theoretisch auch Müll abnehmen äh ne ich habe jetzt auch eine gebaut eine und mehr Fahrzeuge und so ach die entwickeln sich jetzt weiter und hier oben die entwickeln sich nicht weiter obwohl ich denen einen Wasserspielplatz gebaut habe naja selber schuld ich habe jetzt warum habe ich immer noch nur 5000 Leute warum habe ich so wenig ich habe 26.000 bei mir geht das richtig hoch das ist das ist das ist das ist ist das ist das ist das ist das ist wir